Harry sagt guten Tag, heute am 23. Februar 2019. Es ist 15.30 Uhr, wir haben 27 Grad, kein Wind, richtig schöne Wellen. Und keine Wolken, aber dafür ein bisschen Kalima. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann auch wieder und sagen bis morgen, hasta mañana.